Ja, hey Leute, heute ist der dritte Advent. Ja, wir machen heute leider doch nicht das mit dem Weihnachtsmanzeichen, weil das hört man vielleicht. Ich bin noch ein bisschen krank und da haben wir das nicht geschafft und so weiter und so fort. Aber wir haben was anderes, nämlich wir spielen Dart. Jeder hat drei Pfeile, also drei Versuche, um so nah wie möglich an diesem roten Punkt zu treffen. Und wer da zuerst reintrifft oder mindestens in den grünen, hat gewonnen mit diesen drei Pfeilen oder wenn er dran ist. Ja, ich lege heute vor, weil ich beim letzten Spiel gewonnen habe und... Ja, das sieht mir jetzt ein bisschen schlecht, aber es ist schon ziemlich nah dran. Ja, das war ein guter Wurf, ein sehr guter Wurf. Und der war nichts. Uh, der ist knapp, der war ganz knapp, der ist schon im grünen in der Mitte, aber ganz knapp. Naja, der war so mittelmäßig, würde ich mal sagen, also ziemlich weit war mit von der Mitte, aber naja. Naja. Ach, der Spruch war schlecht. Ja, der ging eigentlich, muss ich mal sagen. Na, das geht. Oh, das war knapp und... Ja, sehr knapp. Ja, das war... Meiner war eine Ring-Ding vor und... Ja, da hast du wohl gewonnen. Ja. Also steht es jetzt 2 zu 1 für mich. Ja. Aber das hat jetzt alles noch nichts zu sagen, denn nächste Woche kommt wirklich das mit dem Weihnachtsmann zeichnen. Und ja, bis dahin noch eine schöne Adventszeit und abonnieren und kommentieren.